Leute, willkommen zur wohl krassesten Ankündigung seitdem ich YouTube mache. Es sind über sechs Jahre wohl glaube ich jetzt mittlerweile von Anfang an bei Apex Legends dabei. Ich glaube es war der 4. Februar 2019 und jetzt habe ich wirklich die wohl größte Ankündigung auf meinem Kanal jemals. Und ob es die so schnell zu übertreffen gilt, gibt, wie auch immer. Ich finde gerade nicht die richtigen Worte, weil ich immer noch extrem aufgeregt bin. Im Thumbnail habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, im Text. Unterstützt natürlich vorerst vom EA Creator Network, denn ich wurde tatsächlich eingeladen. Ich blende nochmal das Thumbnail ein, wer es vielleicht nicht ganz richtig interpretiert hat. Ich werde eingeladen zu den Apex Legends Global Series 2024 nach L.A. Und die letzten Tage waren sehr aufregend, auch für meinen Magen sage ich euch. Ich weiß es schon einige Tage und ich darf endlich drüber reden. Ich darf es euch endlich sagen und es fiel mir echt schwer, die Klappe zu halten. Leute, ich blende euch mal ganz kurz die Zeiten ein. Am 30. April geht es für mich schon los in den Flieger nach L.A. Am 30. komme ich auch noch an. Das heißt, ich komme erst mal an und kann erst mal ein bisschen, glaube ich, den Jetlag runterkommen lassen. Und am 6. Mai fliege ich zurück und komme in Deutschland am 7. wieder an. Und wer jetzt so ein bisschen gerechnet hat, Mensch, am 7. startet auch die neue Season. Ich komme 18 Uhr an in Leipzig. Könnte es vielleicht sogar noch pünktlich schaffen, aber ob ich da noch Bock habe, in die neue Season reinzustreamen, ich glaube es fast nicht. Es ist ein kleiner, minimaler Wermutstropfen, wenn man das überhaupt sagen kann, dass ich das erste Mal nicht in die neue Season streame. Aber dieses Opfer bin ich ja wohl sehr, sehr, sehr gern bereit da zu lassen. Vielleicht komme ich spontan noch online. Schauen wir mal, wie ich dann vor der Kamera hänge. Ja, am 2. Mai gehen die Global Series offiziell los. Bis zum 4. Mai sind die Gruppenphasen und am 5. Mai sind die Finals. Ich kann zu jeder Veranstaltung vom 2. bis zum 5. dabei sein, live. Ich darf sogar die Spieler kennenlernen und wahrscheinlich noch eine Menge mehr. Einzelheiten weiß ich da noch nicht, was da vielleicht noch alles auf mich zukommt. Und ich werde, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, ich war vor ein paar Tagen kurz mal verwirrend auf Twitch live ohne eine Ankündigung. Und es war nach ein paar Sekunden wieder vorbei. Es war einfach nur der Test, ob ich mit meinem Telefon irgendwie streamen kann. Denn ich bin jetzt auf die Spontanität der Einladung. Es war sehr kurzfristig überhaupt nicht mit einem Laptop oder so ausgerüstet, weil ich mit so einer Einladung ehrlich gesagt nie gerechnet habe. Deswegen nix Laptop, abends irgendwie Videos schneiden, das wird nicht funktionieren. Deswegen werde ich einmal am Tag mindestens live gehen. Deutsche Ortszeit wahrscheinlich so um 19, 20 Uhr ist zumindest mein Plan auf Twitch. Das funktioniert alles, ist auch gut eingerichtet. Dann werde ich euch einige Minuten auf dem Laufenden halten, wie vielleicht der Vortag war, was noch so ansteht. Und wenn, das weiß ich ja eben nicht, wie die Begebenheiten in den Global Series sind, in der Arena, ob man da einen guten Empfang hat. Ich gehe aber von einem guten Empfang aus, dann werde ich vielleicht auch mal live während des Events gehen ein bisschen mit euch quatschen. Ich weiß, dass viele von euch die Global Series immer live verfolgen. Deswegen bin ich da gespannt, was da passiert. Ich hoffe natürlich auch, dass ein bisschen Zeit für Sightseeing ist, dass ich da noch ein bisschen was sehen kann. Das werde ich auf jeden Fall alles sammeln. Und wenn ich dann irgendwann zurück bin, ich werde auch auf Instagram die ein oder andere Story sicherlich posten. Und wenn ich dann zurück bin, dann irgendwann in Deutschland, wird es sicherlich nochmal ein größeres Video geben von allen Eindrücken. Werde euch da nochmal auf die Reise mitnehmen. Und vor Ort muss ich halt mal gucken, wie das mit dem Internet läuft und wie lange ich live gehen kann, ohne dass mir das Handy versagt. Eine Powerbank ist eingepackt. Aber wie gesagt, ich bin wahrscheinlich nicht so krass ausgerüstet wie ein sehr, sehr großer Content Creator. Ich werde sicherlich auch eine Menge andere internationale EA-Members kennenlernen, die in dem Creator-Network mit drin sind. Zum Beispiel The Gamer Merchant dürfte mit Sicherheit mit eingeladen sein. Ich weiß es nicht, wer alles mit dabei ist. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich bin auf jeden Fall extrem, extrem gespannt. Und ich bin seit verdammt vielen Tagen extrem nervös, aufgeregt. Mein Magen hat das jetzt nicht ganz so gut vertragen, aber das ist es definitiv wert. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Was sagt ihr? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr überrascht. Ich freue mich ultra auf den Trip. Falls ich es noch nicht gesagt habe, am 30. geht es los, am 6. zurück. Es wird sehr, sehr aufregend. Und viele von euch, die regelmäßig live auf Twitch dabei sind, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, wenn ihr da immer ein bisschen was mitbekommen wollt, ein Update haben wollt. Und auch auf Instagram. Viele wissen, ich bin ein absoluter USA-Fan. Ich war vor zehn Jahren, das passt, Anniversary. Ich war vor zehn Jahren mal in New York. Es ist einfach, es ist einfach geil. Und jetzt nach L.A., das ist einfach eine absolute Ehre. Also an EA nochmal ein fettes, fettes Dankeschön, wenn ihr das seht. Stefan, auch an dich nochmal. Den lerne ich dann endlich meinen Kontakt endlich persönlich in L.A. kennen. Da kann ich dem nochmal Danke sagen. Ja, ich bin gespannt, Leute. Wir werden uns sicherlich die ein oder anderen Male vor dem Trip noch hören. Hoffe ich zumindest, dass wir vielleicht für Season 21 demnächst mal noch ein paar News bekommen, was es Neues gibt. Ihr merkt, News-Technisch ist es doch ein bisschen rar geworden. Leider Gottes nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil es einfach nichts gibt. Und ich hoffe, dass Dataminer da endlich mal wieder ein bisschen mehr buddeln können. Denn das war es von mir, von meiner größten wohl bis jetzt und krassesten Ankündigung. Mir fehlen noch ein bisschen die Worte. Deswegen, sorry, falls ich hier ein bisschen wirr daherrede. Ich verbleibe jetzt mit freundlichen Grüßen. Wünsche euch schon mal so langsam aber sicher einen schönen Start ins Wochenende. Wir lesen uns, wir hören uns. Vergesst nicht auf Twitch, wie gesagt, und auf Instagram zu abonnieren. Und dort werdet ihr dann feststellen, wie ich euch weiter auf dem Laufenden halte, wenn ich dann in L.A. gelandet bin. Haut da rein. Ciao.